An die Leute, die nicht an den Klimawandel glauben, fangt mal an, euer Geld zu zählen und dabei die Luft anzuheißen. Das ist, was Corporate Futurism und Faschismen sind. Schäm, schäm, schäm! Sie wollen abbaggern und wir wollen das nicht. Also ich weiß ja nicht, wie man da noch Gespräche führen soll.